Überall kann man täglich diese traurigen Bilder sehen. Kann dies auch Ihrem Fahrrad passieren? Nur wenn Sie nichts dagegen tun, schützen Sie Ihre wertvollen Fahrradteile vor Diebstahl mit Pitlock, dem Radverschluss. Pitlock sichert Hinterrad, abschraubbare Ausfallenden, Scheinwerfer, Vorderrad, Steuersatz, Sattelstütze, Sattel, Scheiben und Felgenbremse. Jetzt neu, Pitlock, auch für Ihr Pinion-Getriebe. Pitlock ist ein System aus kodierten Sicherheitsverschlüssen und passgenauen individuellen Schlüsseln. Alle Teile werden in Deutschland aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl gefertigt. Der Umbau ist einfach und in Minutenschnelle erledigt. Mit Pitlock, dem Radverschluss, einer einzigartigen Innovation made in Germany, können Sie mit Sicherheit aufatmen. Aufatmen.